Das ist hier Pass-Op. Wir fahren aufs Welsberg rein, in den kleinen Welsberg. Erstmal hier in den kleinen Welsberg. Wollen wir gar nicht ganz sehen. Wir fahren gleich wieder rechts ab hierher. Sportautos. Auch neue. Straßenarbeiten. Hier wahrscheinlich aus dem Orient. Auto-Handel. Ein kulturreicherer Kraftfahrzeug technisch. Richtig mäßig. Prima. Jetzt kommt man nicht weiter. Wahrscheinlich importiert er die Autos aus Arabien. Kann sein. Arabische Modelle glauben Seltenheit. Was gibt es denn da? Das wird auch glaube ich nicht nach PS gemessen. Das wird nach KS gemessen. Tabilstärken. Und nicht PS. Pferdestärken. Okay, das ist immer hier noch klein Welsberg. Ein paar Außenbezirke hier. Neuigkeiten waren ja eben der Autohänder. Prima. Gewöhnlich war. Auf und auf. So. Und Tschüss.